... sehen von harmlosen Wolkenfeldern im Nordosten unseres Landes. Nur sehr vereinzelt Nachmittagsgewitter. Tageshöchsttemperaturen zwischen 26 und 30 Grad. Wir beenden nun unser Programm, verehrte Damen und Herren, und geben Ihnen zum Abschluss noch einen Überblick über die Sendungen von Samstag, dem 21. Juni. Wir wünschen Ihnen nun eine gute Nacht und einen schönen Sommer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020